Aber können meine Items, äh, Ruinet sein? Nee. Nur, äh, dein... Kopfschutz ist kaputt, halt, ne? Christian, mach selbst. Den nimmt Feuer ab. Ja? Okay. Wobei mir lag, das richtig aber, ne? Okay, mach. Geht los, Mann, ey. Warte, warte, warte. Schau dir zu. Aber umgekippt, Alter. Okay, geil. Ey, da kann man doch nicht retten, Alter. Du bist tot. Nimm mal den Rucksack von ihm, ich nehm die Moseln. Ja, aber jetzt kommt's auf an, wo ich spawner, Alter. Hast du die Moseln schon? Ja, dann nimm du die Moseln. Achso. Wieso kann ich nix nehmen? Oh, nein, der selber startet neu. Nein. Ich will es dir. Dann bist du gar nicht tot. Das ist gut. Ha ha ha.